Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom, die Beta. Nochmal Kriegsford in der Hitzwelle. Vielleicht wären wir dann sogar schon Level 15. Wäre ja nicht schlecht. So, ja gut. Zwei, nein, ach Mist, ich habe das Falsche ausgewählt. Ah, das gibt es doch nicht. Ich habe keine Granate. Okay, dann haben wir aber schon verloren. Was habe ich gesagt? Wir haben schon verloren. Ach du Scheiße. Was? Der hatte noch zwei Leben. Noch zwei Leben hatte der. Zone gesichert. Zone geht verloren. Nein. Oh Gott. Wieder richtig schlecht. Zone verloren. Panzerung aktiviert. Okay. Wir haben richtig schlechte Waffen-Kombo ausgewählt. Kann man das noch Waffen setzen? Ah, das geht sogar. Oder? Geht nicht? Nee, geht nicht. Dämonen-Rune taucht gleich auf. Yes. Okay, wo ist jemand? Wo ist jemand? Zone wird erobert. Geil. Super. Ich kriege einfach niemanden, weil hier kein Schwein ist. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst. So, jetzt habe ich wenigstens mein geliebtes Waffenset. Alter, Ficker. Erobern, da hinten. Okay. Ja gut, er hat vierfach Schaden, also keine Chance. Panzerung aktiviert. Oh, schön. Panzerung aktiviert. Verbündeter Revenant gestorben. Was? Alter, ich habe mir richtig viel Schaden abgezogen. Es passiert einfach nichts. Also, jetzt reicht's mir langsam. Oh, so. Mann. Voll der Ausraster hier. Das wird doch nie was so. Leute. Ja, wo ist denn die Kackzone? Da. Zone wird erobert. Ja, komm. Ich wollte dasselbe machen mit dir, ne? Noch 50 Punkte. Wum, soll ich da reinspringen dafür? Was? Was war das jetzt? Ja, die haben eh gewonnen. Von dem her. Das war ein sehr schnelles Match, würde ich sagen. Ja, geil. Doppelkill und jetzt lande ich in der Kacklava. Fick dich doch, du Schellspiel. Was denn? Was war das? Ich bin nicht hochgesprungen. Alter. Finger weg, Finger weg. Das ist meine. Yes. Okay, Leute. Wo, 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 wo? Wo ist der? Alter, voll die. Geil. Toll. Und zweimal Revenant in einem. Und trotzdem nichts gebracht. Toll. Ja, super. Also können wir es mit Level 15 vergessen. Würde ich sagen. Ich würde noch ein schöner Black Screen. Ja. Einfach null. Ja, gut. Ja, richtig schlecht. Ich würde sagen, da machen wir nochmal eins. Ich bin jetzt bereit. So. Profil anzeigen. Was brauchen wir jetzt? Ausbildungslager. Ähm. Keine Ahnung. Kill zu allgemein. Okay, einfach nur killen. Guck mal hin. 30 Sekunden noch. Ja, was, was haben wir denn da? Okay. Wir haben nichts anderes. Okay. Ja, aber für mein Passant, das bringt es jetzt nicht so sehr. Okay, dann machen wir noch ein Team Deathmatch. Los geht's. Team Deathmatch. So, jetzt gleich die richtige Kombination ausrüsten. Die hier, genau. Oh Gott. Los geht's. Erster Kill. Gut. Ich war dann der Zweite. Verpiss dich. Prost. Was? Ich hab doch die Schrot ausgewählt. Was? Ich hab doch den mit der Schrot kaputt gemacht. Hab ich keinen? Der Geltung aktiviert. Yes. Endlich. Boah, von hinten. Schade. Der Geltung aktiviert. Der Monenruhne taucht gleich auf. Der Monenruhne ist hochgetaucht. Vergründeter Revenant despawn. Heck, Motiv. Der Monenruhne ist hochgetaucht. Nein. Leute. Alter, komm. Das ist doch unfair. Alles hier. Unfaire Mittel. So ein Glück gehabt, Junge. Ach, komm schon. Wie viel Leben hatte denn der? Vergründeter Dämon getötet. Gegnerischer Revenant gespawned. Ich bin gleich tot. Ich kann da rein. Einfach nur so. Gut. Was? Wir müssen mal wieder Nahkampf-Attacken machen. Alter, nur im Kreis rin, oder was? Geht doch, meine Fris. Kommt der Nächste. Ah, von hinten mit einem Snipe gedöhnt. Aha. Na, nu? Wo seid ihr? Ah, komm schon. Der muss nicht nachladen. Es gibt's nicht. Ich schieße es nicht. Ich schieße es einmal mit der Schrot. Muss ich nachladen. Egal was. Ich schieße es. Alter, komm. So schieße es. So schieße es gerade wieder. Was? Was war das? Ich kann's. Ich kann einfach niemanden töten mehr. Geht nicht. Ich krieg's nicht mehr hin. Das gibt's doch nicht. Alter. Alter. Was liegt denn hier rum? Gut, unsere Granat hat nix gebracht und boxen kann ich auch nicht mehr Oh Gott Der Gegner hat das Punktelimit erreicht Niederlage Ja, schon wieder Wehenboden nutzt Natürlich sind wir nicht dabei Ja, ja Ok Vorletzte Eieiei Ok Wie viel? Yes, Level 15 Endlich Wir haben es geschafft, Leute Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs dabei gewesen sein Das war die Beta von Doom Die oben Beta Vielleicht werden noch ein paar Wiedersuche geladen Mal sehen Wir sind auf jeden Fall jetzt Level 15 Das maximale Level In der Beta Schreibt in die Kommentare, ob euch das gefallen hat Das Let's Play Play Und vielleicht sieht man sich woanders noch Ciao Ciao